Hallo und herzlich willkommen zu Folge 580, wir machen weiter wie bisher auf dem Korinenspielstand, gucken uns noch ein bisschen die neue Gegend an. Ich habe auch noch ein paar Anhaltspunkte, was wir danach machen werden, denn anscheinend haben wir das schon bald erkundet. Es gibt aber noch weitere Lügenfüller, so die Information, also vom Odyssey-Mod-Team. Und die gucken wir uns natürlich an, es sind nur noch zwei Wegpunkte und dann sollen wir uns vor allem noch die neuen Animationen mal anschauen in der Stadt von den Orks. Die haben ziemlich mächtig was dazu bekommen. Und ja, jetzt sind wir aber erstmal wieder hier und müssen mit den schwarzen Wölfern zurechtkommen. Können wir den irgendwie einzeln oder... Nein, warum auch einzeln? Na los, das müssen wir doch im Rahmen des Machbaren sein. Roland, enttäuscht mich nicht, ja, geht doch. Und zum Wohl, und zum Wohl, und zum Wohl. Wie dem auch sei, das Gebiet hier soll fast fertig sein, aber dennoch gar nicht mal so klein. Was es mit dem blauen Boden auf sich hat. Was gab es da für Theorien, dass es irgendwie... ...an der Reichweite oder so liegt, also sprich an der Sichtweite oder irgendwie so was, da hinten ist auch ein Schattenläufer in der Ecke. Dann wäre es das dann auch, oder wie? Sehe ich das richtig? Ja, der schläft da, ganz gemütlich. Die sind aber um einiges stärker. Na gut, auf der anderen Seite spielt man hier auch die Sämeinheit auch ein bisschen und kann dementsprechend auch ganz schön was zulegen. Okay, ignorieren wir den kleinen mal. Und, ja, laufen hier wieder gemütlich die Wände entlang. Hier kann man eben ein bisschen was an die Beg. Okay, gut, dann so. Ja, sich ein bisschen was anschauen, ein bisschen was an Kräulern holen. Aber ansonsten dürfte es das gewesen sein. Also das war eigentlich echt gar nichts mehr. Das waren jetzt nur die zwei schwarzen Wölfe eben und... ...naja, der Schattenläufer noch. Dachte, es würde uns etwas mehr noch aufhalten. Aber, okay, gut. Schauen wir uns die anderen Gegenden mal an. Ach, jetzt leben die ja wieder, weil ich hier abgespeichert habe. Naja, gut, ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Ach, ich habe gar nicht hier den da. So. Also eine Uhr, ne? Und jetzt... Irgendwie war es Klosterberge. Also, es stand dabei, dass das hier quasi einfach dazu dienen soll, dass Leute, die halt durch die Gegend eiern, rumkraxeln, können, dass sie auch belohnt werden. Ähm, dann haben quasi, da haben die Jungs das hier nochmal alles befüllt. Ja, also jetzt sprich, hier kann man alles begehen. Hier kann man vielleicht auch sogar ein bisschen guten Loot finden. So wie das auf Athanos der Fall war, da konnte man ja auch irgendwie fast jeden Berg hoch. Und am Ende hat man da eine Belohnung abkassieren können. Das ist hier gerade relativ leer. Aber wir gucken uns nochmal um. Gut, hier sind halt die Texturen ein bisschen verwurschtelt, wie man hier unten sehen kann. Aber ein wahren Gothic-Spieler regt sowas nicht auf. Geht's hier lang oder wo oder wie oder was? Also ich hab jetzt nicht mehr Ahnung als ihr, deswegen... Ich glaub, hier gibt's nicht mal mehr großartig Gegner, sondern hier kann man einfach nur hoch. Und eventuell was finden. Und ich bin manchmal wieder zu blöd, das zu finden. Auf jeden Fall, go to Waypoint, Klosterberge, dann kann man hier eben hoch. Also man kommt auch natürlich hoch. Können wir mal schauen, wo. Und dann, ja, kann man hier eben nach Belieben hoch eiern. Dahinten ist das Kloster. Und wie kommt man hier jetzt hoch? Von da? Lass ich mal schauen. Nun ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein bisschen verkorkst. Also ja doch, hier kommt man hoch. Hier kommt man auf jeden Fall hoch, das sieht man. Und was es denn da oben gibt, keine Ahnung. Ach, das sind übrigens auch hier die Einwohner der Stadt. Die besaufen sich hier. Frohs oder ey. Da kommt der Kung-Fu-Kick. Den find ich auch so edel. Der ist richtig gut gemacht. Nee, das wollte ich gar nicht. Okay, gucken wir uns mal die andere Location an. Wie gesagt, nur kurz zum Reinschauen. Lückenfüller. Soll das halt eben alles sein. Was heißt Wasserfall? Pass. Jetzt verschlägt es uns hier auf den Wasserfall oder was? Okay, dann kann man eben hier den Berg hoch. Also sprich, das ist der Wasserfall. Und wir können jetzt quasi auch hier oben entlang eiern. Es sieht jetzt zwar hier ein bisschen unschön aus für was von oben, aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht allzu schlimm. Dann kann man hier quasi mit Roland auf eine Entdeckungstour gehen. Ob man jetzt was finden kann? Keine Ahnung. Aber es besteht eben die Möglichkeit, sich das alles von oben anzuschauen. Gucken wir gerade noch, wo der Weg hier hoch verläuft. Was ist denn das da hinten? Was ist das denn? Das ist mal ein kaputter Berg. Gut, der ist ja auch Weltende. Ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, wie wir hochkommen sollen. Vielleicht von hier hinten. Hier entlang oder was? Nichtsdestotrotz sieht es eigentlich ganz interessant aus, mal die Weltenden zu betrachten. Wie gesagt, bezüglich Loot dürft ihr mich nicht fragen. Ich bin ja auch zum ersten Mal all. Ja. Aber wie gesagt, man kann die Berge besteigen. Bestmöglich. Und es kann auch gut sein, dass in der 2.2, die jetzt demnächst kommt oder schon draußen ist, keine Ahnung, hier vielleicht sogar noch mehr zu finden ist an Loot, Gegnern und Abenteuern. Aber nun gut, wie gesagt, nur mal kurz zum zeigen. Das sind die Locations, da unten ist ein Feldknöderich. Nehme ich jetzt aber nicht mit, weil wir ja sowieso nur alles anschauen. Jetzt als nächstes hole ich mir Sklavenrüstung. Aus gutem Grund. Denn wir müssen mal in die Stadt gehen und uns die Animation anschauen. Oder das heißt, wir müssen, wir wollen. Das ist die ganz normale hier. Haben wir einen... Nein, haben wir nicht. Warum hat denn da nur Chorus und Waraninsel dabei? Na ja, wie dem auch sei. Ich bin ja nicht doof. Machen wir einfach den hier. Äh, Hafen. Nicht Gaffen. Hafen. Nein, hallo. Hallo, so. So, jetzt beobachten wir mal hier die Orks. Die sollen nämlich neue Animationen machen. Schauen wir mal. Also die stehen hier ja nur alle rum. Darum ist der Schmied am Schmieden. Das war aber auch schon immer. Aber der war jetzt glaube ich irgendwie... War der ein bisschen dicker, ne? Der war... Jetzt ist er ein normaler Ork und da vorne hämmert einer gegen die Wand. Das Tor ist wohl gemeint zu. Und die Reden hier entscheiden miteinander. War das... Oh. Ja, ja, okay. Also das ist ein Quest von dem hier. Damit sollen wir dann zu Xardas oder was? Schwarzmagier vor Xardas Turm. Ach, die hieß es zu helfen. Ich erinnere mich. Zumindest ein wenig. Hier haben wir noch... Okay, wir kommen nicht in die Oberstadt. Ist aber für Moras Tabu. Leider. Aber auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, wir machen jetzt gerade nicht so viele Animationen. Kann aber auch sein, dass das bei mir nicht so ganz recht... funktioniert hat. Denn es hieße, es würde mehrere Minuten dauern zum Laden, dass die hier die ganzen neuen Animationen durchführen, wenn man die 2.1 installiert. War bei mir seltsamerweise nicht. Die meisten Orks stehen auch nur da rum. Deswegen... Habe ich gerade den Verdacht... Dass das bei mir nicht so ganz funktioniert hat. Es sollte sich aber dann auch um die 2.1 handeln. Ähm... Was ist denn nur los? Warum stehen die alle auf? Auf jeden Fall... Ähm... Schauen wir mal... Ob die sich nicht... Die regen sich alle gar nicht. Die gucken uns nur an. Naja, okay. Irgendwie scheint das nicht so ganz... Dem Ziel entsprochen zu haben. Aber... Wie dem auch sei... Wir können dann... Da ich jetzt nicht mehr weiß, was ich euch hier noch mit der 2.1 zeigen soll... Beziehungsweise... Vielleicht kann ich es euch da nochmal irgendwann zeigen, wenn das bei mir funktioniert hat... Oder funktioniert haben sollte... Dann können wir hier nochmal hingehen und uns das anschauen. Ansonsten würde ich sagen... Ich lade unseren anderen Spielstand... Der Massaker-Spielstand... Und wir bringen einfach wahllos wieder ein bisschen was um. Und ich rede da ein bisschen wieder über ein bisschen... Sozial-gesellschaftskritisches Zeug. Das klingt doch noch was. Oder? Oder nicht. Oder wie? Oder was? Oder wie? Habe sogar schon direkt ein Thema. Ähm... Weil das sowas ist... Das beschäftigt mich immens. Und zwar... Ist das ein Generationenunterschied. Ja? Den hat es schon immer gegeben. Das ist nichts Neues. Aber der wird immer gravierender. Ähm... Gutes Beispiel. Ähm... Medien... Und... Smartphones. Ja? Smartphones gibt es seit... Weiß ich nicht... 2011... 2012... Also wirklich... Damit jeder eins hat. Ja? Ungefähr seit dem Zeitpunkt... Circa. Glaube ich. Oder 2010, 2011, 2012... Sowas halt. Und es hat sich immens schnell... In unseren Alltag eingebrannt. Das wird nur fast niemandem bewusst. Ja? Soll heißen. Das hier in der Tabletus... Jetzt verbrennt. Ne. Soll... Oh. Soll heißen. Ähm... Davor gab es gerade mal... Touchscreen-Handys, ja? Das waren noch Handys. Das waren keine Smartphones. Ja? Und, ähm... Auf einmal war das Smartphone da. Und es hat natürlich auch nicht lange gedauert... ...dass... ...a ziemlich guter Messenger in Form von... ...WhatsApp auftauchen musste. War klar. Das Ganze... Ich sage ja keiner was, ne? So. WhatsApp. Neues Programm. Das ist erst ein paar Jahre alt. Okay? Seltsamerweise... ...benutzt es heutzutage fast... ...weiß ich nicht. Eigentlich jeder. Jeder benutzt... Also... Also... So fast wie Facebook, ja? Facebook ist genauso ein Phänomen. Nur, dass WhatsApp meiner Meinung nach, äh... ...praktischer ist und weniger mit Dreck beladen ist. Ähm... Denn... ...man hat die Möglichkeit, jeden zu jeder Zeit anzuschreiben. Okay? Ich erinnere noch, in... ...in geraumer Vorzeit... ...in grauer Vorzeit, ja? Da gab es noch SMS. Die haben dann, weiß ich nicht, wie viel gekostet. Für eine Nachricht. Weiß ich nicht. 89 Cent oder... Ach, keine Ahnung wie viel. Für eine Nachricht. Eine einzige. Ja, da fliegt der Donnerstag sogar durch die Decke. Ja? Für eine einzige Nachricht. Geld bezahlen. Und für die nächste dann nochmal drauf. Ja? Für eine Nachricht. Und das war... Ja. An sich dachte man damals, es wäre schon praktisch. Aber im Vergleich zu WhatsApp ist es gar nichts. Man hat jeden Kontakt, den man im echten Leben auch hat. Im Normalfall. Oder was ist im Normalfall? Manchmal. Und man kann jedem jederzeit schreiben. Okay? Und Kinder, die jetzt erst 10 Jahre alt sind, benutzen das auch. Ohne überhaupt das nachvollziehen zu können, was nicht mal die meisten Erwachsenen können. Oma, du bist ein Bastard, wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt kriege ich eine Quest, was? Das ist... Auf jeden Fall. Die Kinder benutzen es einfach so überall. So wie es auch eigentlich fast jeder andere von uns auch benutzt. Der Punkt ist nur, dass die, die etwas älter sind, nicht mal so viel älter, das schon gar nicht mehr nachvollziehen können, wie diese Kinder dann funktionieren. Weil wir sind dann die, die damit aufgewachsen sind und das Praktische dahinter verstanden haben und das noch gar nicht so intensiv nutzen, wie es vielleicht Jüngere tun würden oder sogar tun... Tun, tun, tun. Ja? Und was aber noch viel schlimmer ist, gerade in Bezug auf das Smartphone, die benutzen ja nicht nur WhatsApp. Das wäre ja doch das Schönste. Das wäre doch das Schönste, wenn sie wenigstens ihre Kontakte pflegen und kommunizieren. Nein, das machen sie aber nicht mehr unbedingt. Sie können es nur jederzeit. Hallo, Tarok. Ja? Aber was sie vor allem machen, ist daran spielen. Am Handy. Am Handy spiele ich zum Beispiel gar nichts. Nichts. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach nur... Keine Ahnung. Unpassend. Am Smartphone zocken. Keine Ahnung. Hat mich eh noch nie irgendwie angesprochen. Das haben wir jetzt alle umgebracht in Korea. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall. Und die sitzen den ganzen Tag am Handy und haben das Handy ja auch überall dabei. Das heißt, die ältere Generation, die sich immer freuen konnte, an die Playstation, an die Xbox, an eine PC zu gehen, für zwei Stunden am Tag, ja, die gibt es nicht mehr. Weil alle Eltern wollen, dass die Kinder ein Smartphone haben. Klar, die sollen ja auch erreichbar sein. So weit, so gut. Aber ihren Transport haben beim PC auch dabei. Den sie durchgehend benutzen, ja. Die Jungs zocken den ganzen Tag, die Mädchen die ganze Zeit Facebook. Und machen Fotos von sich selbst. Und das gab es in dem Ausmaß noch nicht. Und das hat sich allein in den letzten fünf bis zehn Jahren drastisch geändert, ja. Um jetzt mal auf diesen Generationskonflikt zu sprechen zu kommen, ja. Früher war das so, da lagen dann 20, 30 Jahre dazwischen. Natürlich, jedes Jahrzehnt hatte seine Eigenheiten. Und auch die Menschen, die darin geboren sind. Das ist vollkommen normal. Aber auch der technische Fortschritt und, ich sag mal, ähm, ich sag mal, dieses Umfeld von Technik und Gesellschaft, in dem man lebt, verwandelt sich wirklich, ja, drastisch. Hab ich ja schon mal gesagt. Ja, und meiner Meinung nach achtet man da zu wenig drauf, wie sich der Mensch denn gerade in der Gesellschaft und in der Technik entwickelt. Wie er sich frei entfaltet. Ja, weil das macht er nämlich auch immer unterschiedlich. Weil davon abgesehen, dass sich jedes Individuum anders entwickelt und entfaltet. Aber, ähm, ja, die, die, die Umfelder, ja, und die Gegebenheiten sind vollkommen anders. Aber darum schert man sich eigentlich viel zu wenig und, und stempelt dann die Kinder ab. Ja, die hocken nur am, äh, hocken nur am Fernseher, hocken nur am PC, hocken nur am Handy, sonst was. Ja, warum hocken sie am Handy? Ja, wenn sie mit zehn Jahren, oder mit acht, oder sechs, oder was weiß ich, wie viele Jahre ein Handy in Hand kriegen, ja, das ist, ein Kind ist im Normalfall, äh, nicht wirklich verantwortungsvoll. Weil sie nicht weiß, was das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, zu haben, sonst was. Er hat sich verantwortungsvoll zu verhalten gegenüber anderen. Ist ja auch noch ein Kind. Ja. Genauso wie andere, äh, in ihrer Kindheit immer in den Wald gegangen sind, haben sich dann mit Stöcken gekloppt. Das fanden die Eltern auch nicht toll. Finden sie es jetzt nicht so toll, dass sie den ganzen Tag nur am Handy hocken und würden sich wünschen, dass sie sich, äh, wahrscheinlich, äh, im Wald mit Stöcken verprügeln. Ja. Aber das ist mit eine große, eine große Schuld liegt dann auch an der Erziehung insgesamt, ja. Das heißt, man darf nicht unbedingt immer der Technik, äh, die Schuld in die Schuhe schieben, sondern eigentlich erst den Menschen, die die Technik bereitstellen und die vielleicht sogar verantwortungslos diese Technik bereitstellen, ja. Und, ja, das ist so, das hat mich immer beschäftigt gerade und auch generell nicht nur gerade, sondern ich wollte es einfach mal gerade loswerden, um diesen Gedanken mal mit euch zu teilen, was ihr dazu sagt, diese, äh, Generationsunterschiede und vor allem auch, äh, ich sag mal, das Verhalten der Älteren, die eigentlich die Jüngeren darauf vorbereiten müssten, wie das Ganze insgesamt funktioniert, dann aber selbst wahrscheinlich nicht mal nachvollziehen können, inwieweit dieser Vorgang die Kinder beschäftigt, äh, beziehungsweise schon mit einbezieht. Martin, ich hab dich nie gemocht. Scheiße, ob du besiegst war, naja, gut, dann hab ich dich halt gemocht. Aber wenigstens bist du nicht nachtragend. Ähm, und ja, das ist im Prinzip, diese Unterschiede sind so gravierend, dass die Älteren, die Jüngeren gar nicht mehr vorbereiten können, weil im Laufe von wenigen Jahren sich alles wirklich so drastisch verändern kann. Jetzt hat sich das Spiel aufgehängt, nee, doch nicht. Hat's nur kurz ein Standbild gegeben. Und ja, das sind so Gedanken, die ich gerne mit anderen Leuten mal teilen will, weil die sind eine Überlegung wert. Ja, und wir beschäftigen uns weder damit, auf den, ja, auf den technischen, äh, neuesten Stand zu kommen, noch beschäftigen wir uns damit, wie sich die Kinder gerade mit dieser Technik entwickeln. Weil die üben auch Einfluss. Beziehungsweise es üben noch viel schlimmere Menschen Einfluss. Nämlich die, die davon profitieren, dass sie den Kindern, weiß ich nicht, in Form von Medien, in Form von, ja, unscheinbaren Nachrichten und Neuigkeiten, äh, da in die Köpfe reinkotzen, ja. Ja, da gibt's Leute, die, die, die verkaufen sich dann, ja, genau, und der Internetzugang ist auch so eine Sache. Der Internetzugang ist so eine Sache. Denn in meiner Meinung nach sollte man Internet nicht allzu jung, äh, in die Finger kriegen. Denn das Internet besteht, wie die Welt, auch aus einem hohen Prozentteil aus Arschlöchern, ja. Und der, der Punkt daran ist, die meisten Arschlöcher bleiben den Kindern oder den jungen Heranwachsenden oftmals fern. Dafür sollten zumindest die Eltern sorgen. Da wir aber in unserer digitalisierten Welt alle ganz nah aneinander gefügt haben, fügen sich die Arschlöcher natürlich auch näher an uns. Und da, ähm, das ist aber dann auch nicht so präsent, weil eben die, 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 die Älteren, oder die Eltern nicht im Kopf haben, dass man jenes Verhalten der Menschen auch auf die digitale Welt übertragen muss, ja. Und, und dann, ähm, ja, was, was gibt's denn viel im Internet? Es gibt viele Viren, es gibt viele Betrügereien. Es ist ja auch viel einfacher, weil man, äh, sich ja verstecken kann im Internet. Und, ja, diesen Gefahren setzt man auch den Kindern aus. Noch dazu gibt's dann auch Flaschen und Penner und Arschgeigen auf YouTube, auf sonstigen Plattformen, die sie selbst vermarkten, die sie selbst verkaufen und gerade Kindern das Geld aus der Tasche ziehen können. Das gab's schon immer. Mit dem Unterschied, dass die Eltern oftmals sagen konnten, hat das auch einen Scheißdreck, das brauchst du nicht, das kaufen wir nicht. Ja, das ist Blödsinn, hör auf damit. Ja, was weiß ich, wenn man, Beispiel, man ist auf irgendeinem Jahrmarkt oder sonst was und irgendeiner kommt vorbei und meint, ey, hier, du brauchst hier cooles Plastikspielzeug, musst du kaufen, bla bla bla, sagt der Vater oder der Mutter, nee, das brauchen wir nicht, das Blödsinn. Ja, da hat quasi das Elternteil die Gegebenheit im Auge, sieht es, wägt ab, Unsinn, Scheißdreck, brauchen wir nicht. Ja, jetzt mal nur das Beispiel, vielleicht ist das Spielzeug auch schön, keine Ahnung, vielleicht kaufen es die Eltern auch, aber darum geht's gar nicht. Der Punkt ist nur, dass die Eltern diesen Überblick nicht mehr haben, wenn das Kind am Handy ist, ja, und dann sich irgendwas runterlädt, wahllos, ja, und am Ende hockt man dann in irgendeiner Geldfalle, weil das Kind natürlich wie auch nicht in der Lage war, die Situation richtig einzuschätzen und das Elternteil, oder die Eltern, ja, die über, äh, die, 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 die die Situation nicht überblicken konnten. Jetzt haben wir nur den letzten August gefunden. Jetzt haben wir Korinthes vollends ausgelöchert. Ich würde sagen, wenn wir in der nächsten Folge wieder irgendwas philosophieren oder ich irgendwas ansprich, dann gehen wir da oben mal ins, ins Flüchtlingslager und ran lehnen da rum. Da können wir auch gleich über Flüchtlinge reden. Das ist nämlich auch eine sehr schwierige, ähm, ja, Thematik, der man sich eigentlich mal neutral stellen sollte, äh, ohne irgendwelche Parolen von links und rechts zu schwingen, sondern einfach mal wirklich klar die Situation beobachten sollte. Aber wie gesagt, ich will die Zeit jetzt gar nicht ausfahren, sonst, äh, rede ich mich wieder dämlich. Und wie gesagt, mal diese Thematik des Generationsunterschiedes und der, ähm, des Nichtbewusstseins unserer, ja, vor uns weg schießenden Welt, äh, könnt ihr euch mal auch Gedanken machen, wenn ihr das wollt. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam. Das ist nämlich ein Gedankengang, der mir persönlich, äh, ja, viele Nerven raubt, weil es interessant ist, ja, weil sich der Mensch durchgehend verändert und durch unsere schnellere Welt, ja, immer schneller, überall Neuigkeiten, da, äh, Trump schickt eine Flotte nach Nordkorea, ja, aber die weiß gar nicht, wo sie hin, Tugat und Eiert irgendwo im Indischen Ozean oder sonst wo rum oder vielleicht entgegengesetzte Richtung und dies und das und direkt danach ist irgendeiner, der in Russland wieder umgebracht wird, ja, dann werden wieder tausend Leute in der Türkei verhaftet und das kommt ja alles auf uns zu. Das heißt, der Mensch wird sich, ja, früher war das so, da hat man Zeitung gelesen jeden Morgen, ja, da kam das nicht alle fünf Minuten reingeschossen und noch weiter da früher, also noch weiter früher musste man auf irgendeinen, äh, was weiß ich nicht, Magdschreier hier, so einen Herold oder so warten, der da vorne rum posaunt, dass irgendwer wieder Krieg angefangen hat. Zwei Wochen später hat er sich wieder hingestellt und was Neues geschrien, ja, und das Problem ist, das wird immer schneller und immer schneller und auch die Entwicklung des Menschen und gerade sich ein entwickelnder Mensch wird dadurch immer mehr von dieser Welt verzerrt und beeinflusst und genau da machen wir uns wenig Gedanken drum. Und jetzt bin ich jetzt aber auch mal leise, weil die Folge ist rum. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.